So, Shop-Update, V-Bucks Mission gibt es heute nicht, legendäre Überlebende auch nicht Und jetzt kommt Shop-Update Ja, ne, Superhelden für uns Nur die weiblichen? Die weiblichen sind drin Ja, so würde das aussehen zum Beispiel Dann gibt es hier noch diese Riktal Dann diese lange Klinge Jetzt mal schwarz, blau zum Beispiel Dann noch dieses Cape Kann man hier sein Rücken, das war noch an Machen mit Molycons Und wir haben noch Louis Hamilton, der ist noch drin 48 Stunden Jetzt noch für Weiß nicht, für jetzt noch drin? Wahrscheinlich Ja, ist da noch drin So, wie der Shop jetzt aussieht Das finde ich sehr nice Das sieht sehr nice aus zum Elf zu sein Vielleicht lasse ich das demnächst mal so Dass ich nicht immer auf die Skins draufgehe Sondern die so eins und so zeige Dann hat man es schneller Dann nimmt man es wieder auch schnell durch Was ist das? Na ja, gut Und Dann 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 Dann